Okay. Ich habe gerade gedacht, das wäre aus mit mir. Aber so hoch ist die Kirche zum Glück doch nicht. Ah ja. Oh man. Ich sollte etwas mehr essen. Wenn ich nochmal runterpurzel, ist es tatsächlich aus. Alter, wie viel Stein so eine Kirche einfach wegnimmt, ohne Spaß. Mhm. Ist echt so. Hast du jetzt ein paar Fackeln? Äh, ne, sorry. Hätte ja sein können. Ja, hätte. Ist aber nicht so. Alter, ich komme heute auch gerade nicht zum Bau. Oh nein, das ist... Ich habe halt noch nicht alle Materioles. Materioles? Materioles. Ah, weißt du was? Ich glaube, ich lasse das hier... ...sein. Oh nein. Ich muss dann quasi... So, ey. Oi. Oh, meine Welt... Äh, hier, ne? Sieht gerade nicht. Vielleicht nicht. Genau. Wo ist mein Höhleneingang? Da. Ich muss was essen. Was ist denn? Was ist denn so? Okay. Gut. So mache ich das. Meinst du, oben aufs Dach sollte noch was drauf in der Kirche? Äh, keine Ahnung. Moment, wo habe ich mich hochgebaut? Ich glaube da nicht. Ich glaube da auch nicht. Okay, doch hier. Geile Geräusche. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen! Okay, aber nicht so tief. Okay. Dann fällt gerade auf, dass in diesem Riss keine Lava ist. Mann, oh. Ich brauche Lava, unbedingt! Du. Ach, jetzt ist die in der Dancehaft runtergeploppt. Äh. Okay, jetzt noch. Boah, mein Nacken hat gerade richtig krass geknackt. Alter, Junge. Das ist irgendwie immer befreiend. Finde ich. Ja, ich mag das auch. Aber trotzdem, ich bin das nicht gewöhnt, wenn mein Nacken eigentlich nicht knackst. Scheinbar schon. Ja, meistens eigentlich. Mach das nicht. Mein Rücken oder so gerne, aber... weiß ich auch. Aber Nacken ist ungewohnt. Na dann. Oh, Leute! Muss Lava finden! Lava! 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 Oh, yeah! Was ist das denn jetzt? Was denn? Diese Treppe möchte nicht so, wie ich die Treppe haben möchte. Oh! Oh, ich weiß auch... Ich weiß auch... Okay. So... Den einen Erdblock nehme ich mit. Und da kann ich auch nicht versauern. Das würde ich nicht erbauen. Okay, jetzt wäre schon mal der Turmansatz soweit. So... Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Warte mal gucken. Der Mond sieht ja auch geil aus. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Lustig. Leichteckig mal wieder. Wenn ich das fühle, ich glaube, dann ist die nicht hoch genug, die Kirche. Vom Raum her. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal... ...überlegen. Doch, die ist dann hoch genug. Eins, zwei. Oh, da habe ich ja noch... ...Erdhilfe. Ich habe doch Shift gedrückt. Warum putze ich trotzdem da drüber? So... Das wäre genau hier. Wo brauche ich jetzt da hin? Wo brauche ich jetzt da hin? Ich bin so faul, Lava mitzunehmen und das Portal jetzt zu gießen, ey. Ich baue jetzt mit meiner Dier-Spitzhacke Obsidian ab. Oh, das klingt nach viel Spaß. Ja. Finde ich allerdings auch. Hast du Steine übrig? Bestimmt. Entweder in meinem alten Haus oder in der Truhe bei meinem neuen. Ich weiß es nicht. Eher in meinem alten, aber... Keine Ahnung. Wenn überhaupt. Ich weiß es nicht so genau. Und wenn auch nicht so viel. Glaub ich... Nein, ich habe eigentlich... Na dann. Ja. Ich habe keinen Bock schon wieder neuen Stein abzubauen. Ja. Ach ja. Ich habe jetzt hier auch gerade so richtig spannende Arbeit für euch Leute. Genau für Minecraft brauchen wir eigentlich Themen. Ich weiß. Bis wir mal Themen haben. Jetzt mal ganz ehrlich. Du kennst uns. Hallo. Bis wir mal Themen haben. Was erwartest du? Ja okay. Ich hatte jetzt neulich... Hatte ich ja das ein oder andere Thema, aber... Okay. Kühe, ihr müsst sterben. Ich habe nichts mehr zu fressen. Aber nicht alle, Dieter. Nicht alle. Ne, jetzt wohl lass ich ihr Leben. Ne, ich lass die vorher poppy poppy machen. Ja. Aber Dieter kann schon mal sterben. Die kann ich nicht treffen. Kann sie auch nicht sterben. Ich glaube ich habe gerade den... Kuhverreckungston gerade von dir gehört. Ich habe sie... Nein, die hat nur ausgeschnauft. Das ist noch kein Kuhverreckung. Jetzt ist sie gestorben. Jetzt ist sie gestorben. Weil sie runtergefallen ist. Oh. Blödes Vieh. Hallo meine Freunde. Ich bin ja schon wieder nach. Okay, Samen. Ich bin ja schon wieder überfordert. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht aufgeregt. Ich bin noch nicht aufgeregt. In der Nähe meiner Nähe meiner Nähe meiner Nähe. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. 1, 2 Okay Ja, alles klar, so Ja, tschujo, kann ja rein So, macht... macht Liebe, meine Freunde, macht Liebe Liebet euch und mehret euch Also Dann hau ich euch alle mit der Bibel tot Gut Oder mit der anderen Gerechtigkeit Mit der Gerechtigkeit